Recht populär in der Heimat gilt Revenant derzeit in Deutschland und Europa als unterbewertetster Act des härtesten Genres. Ihr werdet einen Videoclip zu sehen bekommen, der mitgeschnitten wurde auf der 91. Europa-Tournee von Revenant gemeinsam mit Gorefest in der Hamburger Markthalle. Dabei viel Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I lose identity, subterranean descent into ultraconscience, non-existent, non-existent. Abstractions are elusive, reality combining. Illusions are being dividing. As I approach my genetic core. As I approach the unearthly. World of grotesque images Abracing complexities present Symbolic metaphors approach Thoughts devour thoughts Who might be unexplored Conceasing continuity Shroud of weightless life Right, right Launching into depth unknown The unearthly Isolated within Isolated within Isolated within Isolated within Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.